Sie wollen eine Bestellung prüfen oder benötigen eine Rechnungskopie? Auf der Hilti Website ganz einfach. Zu Ihrer Bestellhistorie geht's über die Profilnavigation Ihres Kundenkontos. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen. Den Link Bestellhistorie ansehen finden Sie im Bereich Ihre Bestellübersicht. Mit Klick auf Bestellhistorie ansehen öffnet sich Ihre Bestellübersicht. Klicken Sie auf die Bestellung, die Sie prüfen wollen. Übrigens, über die Filteroptionen können Sie die Liste sortieren. In der Detailansicht einer Bestellung finden Sie den Button Rechnungskopie anfordern. Um Produkte oder Lieferstatus zu prüfen, scrollen Sie in der Bestellübersicht weiter nach unten.